Ich habe gerade einen tollen Catering-Auftrag bekommen, aber was mache ich jetzt mit dem Lucky Cat? Tut mir leid, Tante Kersi, ich würde ja gern helfen, aber ich muss in den Wald mit Mr. Cray. Steht im Vertrag. Verpflichtungsklausel für spontane Camping-Ausflüge, damit kriegen sie dich immer. Du frisst wie ein Tier! Du kannst nicht mal Baymax mitnehmen nach der Sache mit Bessie damals. Wiedersehen, Honey Lemon. Wer ist denn Bessie? Bessie ist kein Mensch, Tante Kess. Bessie ist keine Streifenhörnchenart, fühlt sich von großen weißen Flächen angezogen. So ist es. Gut, okay. Jedenfalls, Cray hat von nicht seine Ahnung. Ich begleite dich. Wirklich? Danke, Go-Go. Ich muss den Catering-Job dann wohl absagen. Wir drei könnten in der Zeit den Laden schmeißen. Oh, das ist lieb von euch, seid ihr sicher? Aber sowas von. Na hör mal, das ist ein Keks für uns. Du meinst ein Klacks. Ich esse lieber Kekse. Basabi, Honey Lemon, ihr lasst ihn nicht allein hier, ja? Hallo. Willkommen im Lucky Cat Café. Wir garantieren ein unvergessliches Speiseerlebnis. Oh, das muss wohl eins von diesen Roboter-Cafés sein. Sie können sich einen Platz aussuchen. Wer hätte gedacht, dass ein Kaffee zu führen so viel Spaß macht? War es der Katze gestattet, rauszugehen? Oh nein, Moji! Er ist weg. Hauskatzen erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 50 kmh. Na, ne, spiel hinterher! Honey Lemon, Wasabi, ihr bleibt im Café. Baymax, Minimax. Wir müssen Moji zurückholen. Tod oder lebendig? Fürs Erste würde ich sagen, lebendig. Moji! Moji! Wo steckst du, Moji? Komm her, Miets, Miets. Komm schon raus, Katastrophenkater. Wenn wir Moji nicht finden, flippt Tante Cass aus. Moment, genau. Wir könnten Minimax ein Katzenkostüm verpassen. Wie ist dein Schnurren? Minimaximale Katzen-Nachahmung. Schnurr, schnurr. Im Namen aller Niedlichkeit, schnurr. Hm, ich glaube, darauf fällt sie nicht rein. Oh, hey Baymax, du hast doch einen eingebauten Scanner. Ja, ich kann praktisch alles abscannen. Sag mir nur, was. Wieso haben wir so noch nicht nach Moji gesucht? Suche nach Moji. Moji ist da hinten.